Gute Morgen! Gute Morgen! Für uns geht es jetzt heute zur Werkstatt. Wir mussten jetzt ein paar Tage warten, aber heute wird jetzt ein neuer Spiegel eingebaut und dann kann unsere Reise endlich weitergehen. So Leute, es ist passiert. Der Spiegel ist wieder dran. Wir können nicht weiterfahren. Wir haben richtig Bock. Eigentlich wollten wir heute noch bis nach Österreich rüber. Das wird jetzt von der Zeit wahrscheinlich zu knapp. Deswegen geht es jetzt in Richtung Chiemsee. Mal gucken, wo wir gleich landen. Da wären wir. Wir sind am Chiemsee angekommen. Wir hatten gerade nur ein bisschen Pech. Da war fast alles ausgebucht und dann sind wir noch zwei weiteren gefahren. Und der allerletzte auf jeden Fall. Der hatte jetzt noch vier Plätze frei und der ist riesig. Wir liegen direkt hier hinten am Chiemsee. Richtig schön. Richtig schön. Richtig schön. Richtig schön. Richtig schön. So Leute, ich würde sagen, wir sind back im Game. Guckt euch das an im Hintergrund. Wir gekocht und gerade der Sonnenuntergang war einzigartig. Richtig schön direkt am Chiemsee. Und wir haben gerade die Traudel getroffen. Die Traudel reist online schon länger mit uns durch die Welt und war schön, dich kennengelernt zu haben, hat uns, ich dachte, was ist das denn neben mir? Hat uns jetzt eben angesprochen, erkannt, wo wir neben mir hergelaufen sind, am Auto oder am Camper auch und immer wieder super genial, euch alle unterwegs kennenzulernen. Kleines Update natürlich. Es heißt Chiemsee, nicht Chiemsee. Und die einzige Sache, die hier nicht schön ist, ist eine echte Mückenklage. Also keine fünf Minuten. Ich hatte schon drei Stiche hier am Hals, am Nacken, am Bein. Richtig übel. Aber ansonsten sehr schön und bei uns das Essen fertig. So, ich mache jetzt den Nachtisch und wir haben nämlich noch zwei Webs. Und das habe ich jetzt mit so einer Schokocreme gefüllt und einer Banane. Dazu kommen dann noch Erdbeeren und Himbeeren und Eis. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Was? Kriegen wir schon noch ein, ne? Ja, ja. Ja, ja. So schaut's aus, Leute. Echter Foodporn. Warum immer herzhaft essen, so ein Wrap? Süß geht auch, würde ich sagen, oder? Ja. Gute Nummer. So ist es. Guten Appetit. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Österreich, haben jetzt gerade die Vignette gekauft und sind mal gespannt, wie das dann so mit dem Grenzübergang klappt. Wir haben erst gedacht, dass wir mal fast direkt nach Slowenien durchfahren und auf dem Rückweg mehr von Österreich machen und wir werden euch jetzt auf jeden Fall berichten, wie das alles jetzt so in der aktuellen Situation funktioniert. Wir sind jetzt in Österreich und das ging total easy. Also wir sind einfach über die Grenze gefahren und das war's. Aber auf der anderen Seite, da wurden tatsächlich Leute kontrolliert. Also da standen bestimmt so 20 Autos, die von der Polizei kontrolliert wurden. Aber hier ging es einfach ganz easy durch. Ungef록t. ¡Mam. dirty Untertitelung. BR 2018 Jetzt wird endlich nochmal gewandert und wir sind an der Bache angekommen bzw. noch nicht. Wir gehen jetzt erst nach oben und was uns da erwartet, seht ihr jetzt gleich. Genau und man könnte doch mit dem Bus fahren, aber wir sind sportlich, bilden es uns zumindest ein, also vier Kilometer wandern. Musik So Leute, neuer Teil von Jessin, Gefahr heute. Musik Typisch Alm gibt es hier hinter uns auch einige Kühe und eine von den Kühen hat so eine ganz große Glocke halt unten am Hals und am Hals und tut uns irgendwie leid. Ja, wenn man bedenkt, wenn man das jetzt selber am Hals hätte und das wimmelt die ganze Zeit, wirst du auch wahnsinnig. Ja, schön ist es nicht. Musik Wir sind erst an unserem ersten Stopp angekommen und zwar ist das unterhalb der Bachelalm und hier gibt es Murmeltiere. Wir sind schon ganz gespannt, ob wir welche sehen. Ja. Und im Dialekt heißen die Mangai oder Mankai und schauen, ob wir sie zu sehen bekommen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wir sind jetzt zurück nach Filzmoos gefahren. Hier stehen wir direkt an einem kleinen Bach und jetzt wird erst mal Mittag gegessen. Aber das ist einfach mega schön von der Natur hier. Direkt mit diesen Bächen, die sind auch richtig klar. Ich denke, das könnt ihr gut erkennen. Also bis jetzt der erste Eindruck Österreich richtig, richtig gut. Und jetzt wird gekocht, aber vorher noch das Fliegengitter zu machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Wir sind jetzt an unserem Stellplatz angekommen Und Daniel hat sich erstmal beschifft Hey, ich durfte keine Pause machen Und irgendwann musste es raus Nein, wir waren gerade hinten Wasser auffüllen Und das ist eigentlich ein Anschluss hier für einen Camper Und da kommt volle Pulle Wasser raus Und man kann das nicht dosieren Und ich drücke auf An und direkt Bann Nass wir beide, du aber auch, oder? Tö, ist das denn jetzt hier? Ja, und hier ist unser Platz für die heutige Nacht Da vorne ist der Stromanschluss Ja, ist ganz schön hier an den Bäumen Stromanschließen ist im Übrigen auch Ganz simpel Wir haben gerade ein bisschen Glück Weil hier vorne ist der Automat kaputt Deswegen ist Strom inklusive Ist einfach freigeschaltet Normalerweise muss man das öfteren dafür bezahlen Und wir haben jetzt hier eine Kabeltrommel Und halt den Anschluss fürs Auto Also Strom einfach in die Kabeltrommel Und dann auf der anderen Seite ins Auto Guten Morgen Guten Morgen Mit bestem Wetter Ja, guckst euch das an Genau, hier haben wir übernachtet Also da hinten steht ja unser Camper Und das ist so ein Raststellplatz Und hier kann man 24 Stunden bleiben Heute geht es ja für uns weiter nach Slowenien Und jetzt müssen wir aber noch ein bisschen einkaufen Wollten nochmal zu einem See und zu einem ganz coolen Turm Nehmen wir euch da erst mit Willkommen im Kräutergarten hier auf dem Stellplatz Welche Kräuter darf ich Ihnen anbieten? Was gibt's? Es gibt zum Beispiel marokkanische Minze Oder Schnittlauch Davon schon etwas? Hört die Minze nehmen Okay, perfekt für den Tee Kann ich Ihnen empfehlen Lieben Dank Das hier ist übrigens unser Stellplatz Hier seht ihr das Schild Raststellplatz Felden am Wörthersee Und der kostet halt für 24 Stunden 16 Euro Und das ist nur für Autarke Wo mobile und wo ein Wagen Das heißt, wo eine Toilette und eine Dusche drin ist Weil hier gibt es keine sanitären Anlagen Wir spazieren gerade entlang des Wörthersees Und das ist auch wirklich schön Aber wir lassen euch mal mit ein paar Impressionen teilhaben Guten Morgen Guten Morgen Gestern haben wir noch den ganzen Tag am Wörthersee verbracht Und einfach mal entspannt und in die Ruhe genossen Es war richtig schön Abgesehen vom Bikertreffen Denn es war das größte Harley-Davidson-Treffen der Welt hier Deswegen war es teilweise doch mal laut Ein bisschen laut, ja Ja, also richtig knatternde Maschinen Aber auch coole Karren dabei, muss man sagen Heute geht es weiter für uns nach Slowenien Aber bevor es jetzt weitergeht Gucken wir uns den Pyramidenkogel an Das ist der höchste aus Holz erbaute Turm der Welt Mit 100 Metern Höhe Wir haben echt Bock drauf, jetzt hochzugehen Und die Aussicht zu genießen Aber Leute, wir haben immer noch so einen Muskelkater Von der Filzmuswanderung auf die Bachelalm hoch Auch nochmal Und wir glauben ernsthaft, dass wir jetzt 441 Stufen sind Nach oben gehen müssen Super So ihr Lieben, ganz witzig Wir gehen gerade hier hoch zum Pyramidenkogel Und Elko und Geri sprechen uns an Zwei Mitreisende Schon ziemlich lange auch mit dabei Schon fast von Anfang an hast du gesagt Fast alle Videos gesehen Und ja Leute, die Welt ist klein Wir treffen euch so oft Vor allem jetzt hier in Österreich Schon das zweite Mal In drei, vier Tagen Jedoch in drei, vier Tagen ist es häufig Aber cool, dass ihr uns angesprochen habt Und ja, schön, dass ihr mit uns reist So, wir kämpfen uns doch nach oben Und sind jetzt fast auf der Hälfte Auf 54,56 Meter Ein bisschen noch vor uns Und was gibt's hier? Die längst überdachte Rutsche Europas Genau, 120 Meter lang Das heißt nicht anhalten Und nicht bremsen Ja, also Vollgas durch Ich glaube, maximum Speed 25 kmh Macht bestimmt auch Fun Und man kann ja auch vom Turm runter Zip Linen haben wir gerade gesehen Das war echt eine richtig coole Aussicht Da oben Die oberste Plattform Die war auf 71 Meter Höhe Und man hat halt eine super Aussicht Über Kärnten Auf dem Wörthersee Und sogar bis in die Ferne Nach Slowenien Es hätte ein bisschen besser sein können Vom Wetter Auch wenn es sonnig war Jetzt war es doch in der Ferne Relativ diesig Aber ansonsten Sehr zu empfehlen Würde ich sagen Ja, auf jeden Fall Und apropos Slowenien Da geht's jetzt für uns hin Und da nehmen wir euch Aber im nächsten Video mit Also hinterlasst gerne Wieder einen Kommentar Und einen Daumen nach oben Und dann sehen wir uns In Slowenien wieder Macht's gut Ciao Der Weg der ist echt crazy Wir gehen wie gesagt Die ganze Zeit hier Über diesen Brettern Direkt entlang der Felsen Neben uns Und dann wird's Die ganze Zeit Und dann geht's Und dann geht's